Ich habe gedacht, dass ich mit 30 schon echt was gebacken gekriegt habe. Dass ich mit 30 echt ein erwachsener Typ bin, mit Familie wahrscheinlich und für die sorgen kann. Das war für mich eigentlich klar. Das ist alles ganz anders geworden. Bis auf Astronauten konntest du ja alles werden. Alles, ne? Ich glaube, das Schwierige ist, wenn du alles werden kannst, hast du Angst davor, was zu verlieren, wenn du was machst. Würdest du Flo recht geben, wenn er uns so beschreibt, wir sind alle Loser? Nee. Überhaupt nicht. Weil wir mit 30 alle noch nichts gerissen haben? Nee, finde ich nicht. Vor allen Dingen finde ich das irgendwie auch scheiße, das man zu betonen, weil man sich dann damit irgendwann auch in so eine Position begibt. Und dann ist man auch ein Loser. Wir sind eine neue Generation von Yuppies. Wir sind sozusagen Anti-Yuppies. Wir sind eigentlich gar nichts Menschen. Was sind wir denn eigentlich? Was sind wir denn eigentlich? Für uns braucht man mal eine neue. Früher gab es die Generation X. Und wir wollen